was geht um zu diesem video und heute habe ich noch mal in der spät ein video für euch und zwar ist das ein richtig richtig kranker rp glitch ihr könnt 250 rp in einer sekunde machen also das ist wirklich krass pro sekunde 250 rp soweit ich weiß ich werde euch zeigen wie das ganze funktioniert wichtig ist ihr macht das ganze auf eure eigene gefahr sollte die ein reset einen psr ein bahn in gta bekommen oder der gleichen irgendwelche nachteile deswegen dann nachher noch erleiden ich bin nicht dafür verantwortlich gemacht diesen glitz auf eigene gefahr ja der clip ist von dino vielen vielen dank an dino der erste deutsche der diesen ja klick hochgeladen hat dann checkt ihn auf jeden fall mal ab der hat das wirklich verdient das ist wirklich krass ich werde euch zeigen wie das ganze funktioniert wichtig ist macht das auf eigene gefahr braucht eine agentur dann braucht ihr eine gewisse mission welche das ist werde ich euch noch zeigen in diesem video dann braucht er einen bunker in dem bunker einer muss sie und in der muss sie tatsächlich nix ihr braucht nur die er muss sie also ja den lkw und den anhänger beziehungsweise nur den lkw den anhänger brauchen wir in dem fall nicht braucht man halt noch in der agentur eine gewisse mission welche das ist werde ich euch alles noch zeigen haben ja wie gesagt alles auf eigene gefahr haben sollte dir irgendwie set oder so bekommen oder irgendwas euch zustoßen ich bin nicht dafür verantwortlich ja freunde wir fangen jetzt in das eigentliche video wir fangen jetzt mit dem eigentlichen video an ja wir springen jetzt in das eigentliche video rein jetzt kommt ihr begibt euch zu einer telefonzelle welche das ist ist komplett egal wichtig ist dass wir die mission der popstar hat also an der telefonzelle diese müsst ihr freigeschaltet haben an der telefonzelle und ihr müsst in der agentur gang terminierung gespielt haben dann bitte dass sie überhaupt zu bekommen habt nur wenn ihr in der agentur gang terminierung gespielt habt und danach den popstar habt an der telefonzelle dann kann das ganze auch nur so funktionieren naja das müsst ihr dann jetzt einfach nur noch beachten und wenn ihr das dann so gemacht habt wie es bei jetzt in meinem fall der dino der mit diesem clip auch zugeschickt hat wenn das auch so bei euch ist dann habt ihr das ganze geschafft ihr müsst dann ganz einfach nachher noch ein paar kleine steps machen ich werde ich das telefonat jetzt hier auf entspannt noch einmal anblenden damit ihr auch zu 100 prozent von diesem glitsch bescheid wisst und dann sehen wir uns gleich wenn das telefonat beendet ist und dann machen wir mit dem glitsch weiter wir sind dann jetzt so dass wir die mission gestartet haben da müssen wir jetzt ganz einfach das einmal so machen was die zielperson jetzt in diesem fahrzeug ganz einfach aussteigt dafür drücken wir die zielperson an die wand oder versuchen die person ganz einfach aus dem fahrzeug zu zerren wenn das dann so funktioniert wie es bei uns ist dann ist es auch schon perfekt wir machen das jetzt ganz einfach und dann fangen mit dem eigentlichen glitsch an wir sind dafür in das auto eingestiegen er ist automatisch raus er hat eine waffe und da müssen wir aufpassen dann snackt euch am besten hoch wir dürfen ihn nicht töten ja das ist ganz wichtig er darf nicht sterben was hier allerdings jetzt passiert ist versucht das einfach das ist ein bisschen übung wenn wir jetzt einfach folgendes machen in den lkw einsteigen und diesen typ hier einmal holen und da einfach nur noch drauf zu erfahren wir müssen auf dem drauf bleiben der darf nicht dabei sterben wir können sehen wir bekommen die ganze zeit 250 rp was richtig krank ist ja auf jeden fall ist das der ganze glitsch wir sehen können nun irgendwann ist er bei uns halt gestorben dass das nicht sein das ist ganz wichtig das hätte könnte jetzt so die ganze zeit weiter laufen allerdings stirbt er irgendwann das ist nämlich nicht das ziel da steht verlassen das gebiet dann habt ihr schon verkackt der muss bei euch am leben bleiben der muss unter eurem lkw bleiben nur so könnt ihr dann die ganze zeit weitermachen und ihr müsst halt aufpassen wenn ihr gebannt werdet oder so ich bin nicht dafür verantwortlich ich hoffe euch dieses video gefallen wenn er zeigt mit einem like und einem abo würde mich auf jeden fall sehr sehr freuen teilt das video doch noch auf ihre mitte und freunden danke an die dino der mir seinen klitsch zugeschickt hat beziehungsweise sein video ja freunde wir sehen uns dann ganz einfach im nächsten video oder aber auch nixen leistung wieder bleibt gesund und ciao